Peace Leute, was gab es Kevin? Und heute der letzte Teil Poopkiller 8 Leider der letzte Teil, vielleicht kommt ein neuer irgendwann raus Okay, wir sind hier, wir sind jetzt am Smoken oder ist uns kalt einfach? Uns ist glaube ich kalt, ne? Es ist mies kalt VHS-Videos Alter, warum... Ey, das ist doch nicht mehr da, Leute Komm mit deiner Schleuder her, Junge, da hätte ich Angst meine Kinder nachts rauszulassen Diese Schleuder, Alter, was ist das? Diese Schleuder, Alter Vor allem auch abgedunkelt Kann doch nicht wahr sein Wir gehen rein Ey, Bruder, wir hatten da schon mal einen Teil, Alter Ja? Videothek Oh, ja, warte, sind wir Kunde jetzt? Das war auch immer eine Schleuder Kann das sein, dass wir Kunde sind auf einmal? Hallo? Jemand hier? Ach, wir sind so aus Kundensicht Immer waren wir der Arbeiter sonst Boah, letztes Teil wird uns mal gegönnt, dass wir der Kunde sind Jetzt sind wir Kunde Ich muss gleich ein bisschen lauter machen Boah, der Scheißgranz Okay, Videothek, Leute, keiner ist hier Wir suchen uns einen Film Ey, krass, alles ruhig Wo sind die spannenden Filme hier? Oh, sie sind leider nicht hier in der Abteilung Okay, die steppen rein, oder? Erstmal runter geht, Alter Hallo? Wo ist der Mitarbeiter? Okay, wild, wir können hier zocken Bruder, warum ist hier neben ihm? Ach, warte, wir müssen klingeln Ah Jetzt, ich war grad scheiße, was willst du? Mal gucken Ey, wir wollen filmen, Bruder Wir wollen dicken Film Wir sind durch den Schnee gerannt hier hin Wir wollen einen miesen Film gucken, Bruder Ist so, ja Schön an Weihnachten Schön Kevin allein zu Haus, Weihnachtsfilm Oh, hier kommt jemand Jo, es geht Hä, er hat auch das T-Shirt an wie wir Josh, Bro Hey Bro, du musst dein neue Arbeiter sein Ach, wie sind dein Neue? Ah, wir fangen an Okay, ja, woher wusstest du das? Du hast die gleiche lächerliche Uniform an Kannst mir helfen, bevor ich gehe Ich weiß nicht, was ich tun soll Du musst einfach Kunden bedienen Und die Aufgaben bewältigen, die der Boss geschrieben hat auf dem Tisch Okay Ich hab noch eine Frage Ist die Legende von Pupkela real? Ich mein, hat er wirklich hier Personen gekillt? Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, Bro Es ist aber wahr Nachdem Ist Scheißen im Badezimmer verboten Oh, okay, okay, okay Es ist ernst Der Boss hat einen Alarm installiert Der Scheiße aufspürt Okay, wild Wenn der Alarm losgeht, musst du stoppen Musst du die Person stoppen, die die Scheißen geht Okay, es gibt einen Alarm in der Toilette Also es ist ernst Wer erkennt, wenn der Kunde einen Haufen liegt Das bedeutet, alle Teile, wir haben daraus gelernt Okay Okay Mach einfach sicher, dass keiner das Badezimmer benutzt Ich helfe dir jetzt Okay, ich muss mal eine Freundin holen Okay Hau rein, Bro Viel Spaß mit deiner Freundin, Bro Nein, Bruder, ja Viel Spaß Ey, steigt der jetzt in diese Schleuder Mal gucken, ob der jetzt in die Schleuder Ah, der guckt sich um, der Bruder Sieht der verdächtig aus Was bieten wir da eigentlich für Filme an? Horror, Drama? Ganz normal Horror Keine Hardcore Filme Spannend, romantisch Wie wir das schon mal in einer Oh, da guckt er sich mal um hier Diese Romantik Abteilung Was gönnst du denn, Bruder? Okay, sehen wir eh gleich Erstmal eine Schnulze gönnen Oh, wir können hier rein wieder in den Keller Oh, jetzt tief runter Okay, hier hieß dieser Kellerraum wieder Wild Mit Küche, alles am Start Lass die Toilette abstecken Nicht, dass da nicht abgespült wurde Okay, die ist zu Okay, noch ein Klo Zu verteidigen Okay, jetzt hat sein Film dahin geklatscht 4S Take Dear Okay, sieht aus wie ein Horrorfilm Horror Ich schwörte, es ist sogar Ein Game von 616 Oh, ich glaube Das haben wir sogar gesehen Das ist sogar ein Game Ja, Mann Haben wir noch nicht gezockt Heute sollen wir das zocken? Äh, frohe Weihnachten Hast du den Film schon gesehen? Sieht gut aus Äh, frohe Weihnachten Noch nie gesehen Sorry Okay Ich nehme den Äh, mein Weihnachten Einfach deprimierend Ich bin alleine zu Hause Okay Er zieht euch schon Wildes Gesicht Ja, Mann, der Arme Tut mir leid, Bro Brauchst du noch was? Der so kaum mit, Bruder Danke, Freund Alles gut Gute Nacht Jetzt, ich würde gerne mit dir zusammen den Film gucken In der Schleuder Okay, wir haben erstes Geld gemacht Let's go Erste Batzen Also Oh, unser Boss hat uns aufgearmert Oh mein Gott, wir haben auch Hi Alex Willkommen in deiner ersten Schicht Danke, dass du an Weihnachten arbeitest Guter Tag, um einen Film zu Hause zu gucken Du musst das machen Nimm Müll raus Aus dem Keller Und schmeiß den raus Hinterm Store Okay Aus dem Keller Müll Okay, wir bedienen erstmal die Kunden Oh, er kommt direkt zu uns Oha Ah ne Okay, guck schon Moin Bro Krasser Kopf Bricht dein Genick einfach Okay, wir lassen ihn gucken Mikroalarmstart Für einen kleinen Zwischenseck Oh, ein Schaumiger Oh, der Schaumiger am Start Da ist der Profi Eigentlich brauchen wir noch einen Kaffeesound, Alter Irgendwie Schaumiger im Zahn Okay, nichts Verdächtiges Oh, was ist das denn hier? Okay, noch Müll Nichts Verdächtiges Oh, es ist sogar schön geschmückt Sehr schöne Deko Sehr weihnachtlich Bilderladen Okay, hat der Bruder sich was ausgesucht Er guckt noch Er guckt noch Der Marsch, steckt doch ein Film drin, oder? Was ist das? Mies eingesteckt, Alter Wir müssen eigentlich Kameras angucken Eigentlich müssen wir Kameras angucken Was ist da los? Egal, wir bringen den Müll jetzt raus Wo ist hier der Müll? Da ist überall Greenscreen, Alter Was ist da los, Mann? Copy Machine Bruder, das ist Schule, ne? Damals Boah, ey Leute, ist es bei euch Schule auch noch so dieser Projektor? Ne Habt ihr auch Für die die Schule gehen Okay, wir haben hier einen Fernseher Wo soll denn die denn? Ach hier Okay, Müll Speichert Oh, wir können doch nicht nehmen Oh, müssen wir nach der Reinfolge gehen vielleicht, ne? Lass mal gucken Das stand als erstes Was geht ab? Kommt dann der Schleuder? Oh, mieser V8, Bruder Stabile Army V8, oder was? Oh, 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 oh Was packt der hier hinten, Bruder? Was ist das mit ihm? Hat der Fütter aus dem Schilde, oder was? Oh Boah, der geht pumpen, ne? Der Stabile gebaut, Alter Ja, man sieht breit aus, Bruder Was ist das hier? Ist das Schnee? Ich glaube Schnee, ne? Ja, doch Jo, bis nächstes Training, oder was? Okay, der ist im Dunkeln Dicke Training, Alter Ey, warte, kennen wir den, ey? Kennen wir den, ey? Kennen wir doch den Kollegen? Ne, doch nicht Boah, der ist breit gebaut, der Bruder Ey, er ist Freddy, Alter Sieht aus, als hätte er eine Maske auf Ja, man, Freddy Krüger Bro, er kommt auf uns zu Was mit ihm? Such dir mal einen Film aus Ey, der muss kacken, Digga Mach die Tresen zu Sofort Mach zu Nein Oh nein Der so, da hab ich euer Kunde Oh mein Gott Smith Frohe Weihnachten, Freund Ich brauch deine Hilfe Frohe Weihnachten, wie kann ich dir helfen? Ich Reise ein paar Stunden in meinem Auto Ich muss wirklich pissen Alter Er lübt doch, ey Kann ich das Badezimmer benutzen? Boah Wir haben ja die Alarmanlage, ne? Sorry, Badezimmer nur für Arbeiter Ähm, das sind die Richtlinien Bitte, Freund Ich schwöre, ich muss nur pissen Bruder, sagt jeder Digga Das soll ich dein Ernst machen? Okay Ich vertraue dir Aber bitte nicht scheißen Oh shit Ich verspreche es Er verspricht es Können wir diesem Typ trauen, Leute Können wir dem trauen Denk dir, er hinterlässt das Klo clean Wow Clean, Mann Können wir dem trauen oder nicht Ja oder nein Jetzt im Chat Oder sollen wir ihn nicht Boah, schwierig, ne? Boah Was glaubst du? Ich glaub, der scheißt alles mies voll, Digga Bis an die Wand, Alter Ich glaub, irgendwie auch Ich glaub, den können wir nicht trauen Der sieht so richtig so auf normal aus Ja Sein Kopf sieht schon so eingequetscht aus Weil er richtig die Scheißwurst zurückhält, Alter Der guckt schon so wo Ernst, Alter Es ist wirklich ernst Mit Schwitzen, mit alles Okay, die meisten sagen nein, Alter Okay, boah, geh rein Nein, er macht fetten dünn rein Nei Boah, der Scheißgrunt Du Pisser, Alter Wie soll ich das machen? Was soll ich machen, Hilfe? Ey, für 20 Sekunden, oh mein Gott Wir müssen den Arzt in den Kopf verpacken, Mann Und mal Arzt, Alter Von wo auf wo? Was soll ich machen? Nein, 10 Sekunden, oh mein Gott Er hat uns verloren Unsere Gefühle hat er verletzt Oh nein Oh nein 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 So geht da runter gekommen Der ist da eingesperrt Nein Was soll er machen? Also wir müssen was machen, ja Okay, ich muss was machen Ey, was soll er denn machen, Alter Okay, wie shoppen wir das? Wir sind unten auf einmal Ach, hier ist gespeichert eben Ey, guck mal kurz Ich muss irgendwas packen Ich muss irgendwas packen, Bruder Naja, Mann Was ist das? Soll ich wachen dann, wenn der Am Abgehen ist? Der Scheiß ist alles voll, Alter Ich muss irgendwas packen Ja, Mann Wir müssen irgendwas Aber lass mal umgucken Was haben wir für Möglichkeiten Der geht da rein Ja, warte, ist der da Kommt der wieder Okay, wie stoppen wir das? Und wir können nicht mal rein, Alter Ja, wie stoppen wir das? Ja, guck mal da In dein Büro Da hinten Warte, soll ich mit dem schnell rein? Oder wir gehen mit dem rein? Dann sehen wir, wie der da zu Gange ist Ja Auf jeden Fall hat er uns hart angelogen Sonst haben wir einen Basie oder so Also könnt ihr nicht einen über den Kopf ziehen, ne? Wir haben nix dann Oh, boah Ne, kannst du den nehmen? Nicht, noch nicht Ah, vielleicht später, okay Ich kann mir da mit rein Ich schau mal gucken Ich bin nicht sicher Ja Leute, Fakt ist Der scheißt unser Klo voll Ja, Mann Okay Verdammter Macht da so einer friedlich Vom Gesichtsausdruck Und dann scheißt der gleich richtig ab Okay, schnell, schnell Wir gehen mit rein Oh, wir können nicht rein Nein Was der Hund, Junge Okay Oh mein Gott Leute, jetzt haben wir eine kurze Zeit Was sollen wir jetzt tun? 30 Sekunden, Leute Ey, was sollen wir jetzt machen In den 30 Sekunden, Leute Was soll ich machen? Der Oh mein Gott Komm raus, Junge Komm raus Mit da oben den Händen Verdammt da oben, Junge Was? Ich hab dich gewarnt Haben schon gewarnt Oh, nice Oh, es ist noch nicht zu spät, Leute Es ist noch nicht zu spät, Mann Nice Oh shit Endlich können wir den Leuten das geben Was verdienen Er wiegt ne Tonne, Bruder Ganze Scheiße hier neben drin Scheiße Er hat erstmal noch Gase abgelassen Und jetzt Danke Schön noch die Scheiße in seinem Körper Okay, Leute Erste Wurst haben wir ja vermieden Oh no Das ist von Blutkiller Das haben wir Blutkiller Keine Wurst ist hier drin gelandet Sehr geil, sehr geil Oh, da liegt eine Alles perfekt Okay, alles clean Einfach nur Wir haben unseren Job getan So muss man arbeiten, Leute Das ist eine vernünftige Arbeit Okay, perfekt Sehr gut Ich hoffe, die Polizei kommt jetzt nicht Gucken, ob jemand kommt Oh, sein Auto steht da noch, ne? Ja, mal was ich schleude am Start, Alter Okay Ich tue den Müll raus vom Vom Keller Ich glaube, das ist unsere Aufgabe jetzt Ja Ich kann nicht Ah, da war noch eine Schaufel Nimm die mal Oh Vielleicht müssen wir erstmal irgendwas anderes machen Und dann arbeiten wir erstmal hier unseren Zettel ab, ne? Kann ich nicht nehmen Okay Waffe Auch nicht Okay, die ist ja immer nur für Notfall, die Waffe Okay, vielleicht müssen wir warten Was ist sonst, was stand hier? Ah, den, okay Okay Äh, Tapes zurückbringen Mäusefallen aufstellen Im Keller Okay Okay, Mausproblem Keine ins Pfadezimmer lassen Ja Mit der Schaufel könnten wir die Kacke einsammeln Aber er hat ja gar nicht geschissen Kann ihn nicht nehmen, leider Noch ist es nicht soweit Dem Bruder Er ist in seinem Sarg hier drin Ja, Mann Und dann gucken, ob wir die Tapes zurückbringen können Ja Kann ich auch nicht Ich glaube, müssen warten, oder? Vielleicht kommt noch ein Kunde Komisch Aber Alles ruhig Oder müssen wir sauber machen Achso Haben wir immer einen Lappen und so? Ja, Mann Boah, einen Lappen Okay, vielleicht unten Jetzt kommt mal eine Küche hier Jetzt hab's hier keinen Lappen gibt, oder? Was ist das hier überhaupt? Leute, wo haben wir was zu wischen hier? Arbeitsplatz, Büro Vielleicht kann ich nichts machen, Bruder Kann man Klopapier nehmen, oder so? Klopapier? War da eine Toilette Klopapier? Ja Oh nein, geht auch nicht Ich glaube, das reicht nicht, um das ganze Blut aufzuwischen Okay Das kann ich jetzt in den Müll runter nehmen Okay, Wadmaka, Bruder Wadmaka Stabit Ist nichts passiert Ist nichts passiert? In der Küche irgendwas machen? Küche vom Keller Oder die Tür zu machen Nichts passiert Einen auf den Ich muss hier nochmal rum Jeden Winkel Hier auch zu Auf Service Oh, ne, was ist das? Äh, ist der Ventilator? Küche? Nee Ich kann ja nicht mal kühlsen, kann ich auch machen Okay Müll kann ich nicht nehmen Gerade Stillstand hier Komm, ich muss irgendwas machen Leute, guck mal jemand nach Morgz immer parallel bitte gucken Hatten wir eigentlich besprochen Ja, ne, wir müssen irgendwas Wir müssen das Blut wecken Wir müssen das Blut wecken Weil wenn ein Kunden Oder der unser Chef kommt Ja Muss ja alles sauber sein, ne? Wir müssen das nochmal umgucken Nö? Shotgun Vielleicht hier irgendwie Mikrowelle Oh, da Oh, mein Gott Werden wir einfach übersehen Digga Bro Nein, jetzt geht die Tür nicht auf Oder was? Ja, da stand doch gar ein Badezimmer Oh, da leg mal kurz ab Nein Ich kann nicht Ach du Scheiße, Leute Nicht, dass wir einen Knack haben Ah, jetzt, jetzt Ah Okay, let's go Yes Schweinerei hier wegmachen Schmeinerei hier schön clean machen Oh, ne Ich muss kurz auswringen Let's go Leute, Halle Spuren wegmachen Oh shit Auswringen das Blut Sehr schön Ja Also jeder der jetzt hier auf Kno geht Der wird hart rangenommen Ja, endlich können wir uns wehren Ja, man Die erste Mal Sieben Folgen Wir wurden wegen demütigers Tode Voll geschissen Aber jetzt Können wir endlich zurückschlagen Okay, man Okay, nice Alles clean Alles clean Jetzt Geh ich Und mach meine Aufgaben Okay, erste Aufgabe war Müll rausbringen Let's go Wir können wahrscheinlich noch einzeln nehmen Ja Ja Sinds zu lappenhaft Ja, man Unterwegs Okay, nicht dass der wieder aufzustand Zu der Leiche Ja, können wir den gut verbodeln eigentlich Ist gut Genau, bisschen vergraben Wenn noch jemand sieht Zwei Bis jetzt Der Pupkiller darf eigentlich nicht kommen, Bruder Ja, weil Ist nichts verstopft Nichts Nichts verstopft Okay, perfekte Erste Aufgabe erledigt Es ist sehr kalt draußen Ja, Bruder Ja, stimmt Erstmal einen heißen Kaffee trinken Ja, man Erstmal einen heißen Einen heißen Kaffee hier Ist schon kalt geworden, Herr Bruder Erstmal rein damit Das war die nächste Aufgabe Achso Die Sachen wieder in die Die Tapes wieder in die Richtige Oh Oh, eine Kundin Oh Erstmal eine Frau hier, oder? Alter Oh, Mann, die Handschuhe an Okay, ist kalt Ist kalt Erstmal eine Frau Auf jeden Fall einen stabilen Kopf, ja Kann das sein? Jo Gucken, was sie sich gönnt Stabile fettige Haare, Bro Ja, Mann Tormade 6, 6, 6, 6 Häufliche Spende, Freunde 60, Bro Danke für deinen Support Danke für den Support Danke für den Support Okay, mal gucken, was sich schönes ausleicht hier zur Weihnachtszeit Was haben wir hier? Step Horrorfilm Okay, 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 okay Horrorfilm Let's go Ich hoffe, er ist so trocken wie wieder aufs Klo Ich will das bitte ausleihen Wie viel macht das? Frohe Weihnachten Das kostet 5 Dollar pro Woche Stimmt, man konnte pro Woche so ausleihen Stimmt, man konnte pro Woche so ausleihen So oldschool, ne? Film auszuleihen Krass Hast du nicht hier Angst zu arbeiten, sagt die? Oh Nein, warum soll ich Angst haben? Es ist, was krasses passiert hier Ein Psycho Mit einer Toilette Achso, ein Psycho mit einer Toilettenkopf Hat die Mitarbeiter hier getötet Ja, wir wissen bestimmt Puppiller Den kennen wir schon, ne? Sie sagen, es ist nur eine Legende Aber ich bleibe safe Scheißen ist verboten Pass auf dich auf, gute Nacht Doch Gute Nacht Miese Batzen, Leute Nettes Gespräch Nettes Gespräch Er ist unterwegs, aber wir sind ausgerüstet, Leute Auf jeden Fall Ganz wichtig Shotgun hier immer am Start Ok, wir machen mal unsere Aufgaben weiter Ok, die Tapes zurückbringen Comedy Oh, Puppiller 3 Oh, Puppiller als Film einfach Oh, shit Krass Comedy Let's go Hier, Bro Oh, hier Was haben wir noch? Oh, Erwachsenenfilme Six and Six Sucks Aber alles bei Six and Six Was hat er gesagt? Wer hat den schon gesehen? Den anderen Film? Diesen hier Ach, den? Oh, hab ich jetzt gar nicht gelesen Ach, hier sind die Erwachsenenfilme Ah, da haben wir schon alles durch hier anscheinend, ne? Interessant Hallo Habe ich schon geguckt, ist Müll Hm Okay Das ist mal Horrorfilm, denke ich Ironie, das Spiel haben wir noch nicht gespielt, hatten wir auch noch überlegt Oh, stimmt, das gibt's auch Zu überholen, ne? Ja, Mann Er hat gesagt, es ist Müll, dann lassen wir es vielleicht Ja Okay Aufgabe erledigt, Bro Oh, da kommt der Nächste Nächste Kunde Next Next Ich habe gerade gesucht das Perl Der nächste Streich Gucken, was Jerome will Hier guckt schon, der Bruder Mhm Mhm Die gehen immer direkt hierhin Erstmal so auf Undercover will er Horror, danach will er 18 Plus Abteilung Erstmal sich was gönnen, ey Danach biegt der erstmal hier ab Der ist so next, Dicke, ey Next Der Bruder sieht jetzt nicht so aus, aber auf Klo muss, der ist so ganz entspannt Ne Meistens kommen die ja direkt an die Träsen Genau, wenn die auf Toilette müssen, die kommen straight hierhin eigentlich Mal gucken Mal gucken Let's go Oh, Pupkiller7 Das war der letzte Teil Oh, der ist übrigens schon auf YouTube Brownies online, gönnt ich euch Ist wild, Bruder Guter Film, Bruder Gönnt ihr Ich will das ausleihen Vor Weihnachten Der Film ist exzellent Scott Kannst du dich was fragen? Kannst du mir Erzählst du mir den ganzen Film? Was? Äh, tut mir leid Äh Achso Der hatte Angst, dass wir den Film glaub ich erzählen Achso, das ist Reuler-mäßig Ich wollte nicht nerven, sorry Hieß das Geld Aber der meint so mäßig, erzähl mir nicht den ganzen Film Okay Idiot Ich war nur freundlich Mäh Äh Ich mach meine Aufgaben weiter Okay, war ein bisschen Ein bisschen gereizt, der Bruder Bisschen auf Krampf, ne? Ja Was sollen wir hier? Mausefallen müssen wir im Keller verteilen Wegen den Ratten Im Rattenproblem Oh shit Oh, da kommt jemand Alter nein, nicht der schon wieder Nicht der Battler, Bruder Nein Ganz schnell zumachen Ganz schnell zumachen Oh mein Gott Der will doch locker scheißen, hörst du das? Er riecht schon so Frohe Weihnachten Äh Wo sind die anderen Leute, die hier gearbeitet haben? Frohe Weihnachten, sind schon weg Äh, ich bin der einzige hier, hab Nachtschicht Ich sollte das Badezimmer benutzen, keine Sorge Ich wasche nur meine Hände Bro, dann musst du deinen ganzen Körper waschen, was willst du? Das bringt auch nix Geh mal in den Schnee dich einwälzen oder so Äh, ich habe ein großes Weihnachtsessen In der Mülltonne, fast Äh Ich brauche cleane Hände dafür Wir wollen einen großen Haufen reinlegen in die Toilette Sorry man, Badezimmer nur für Arbeiter, ja? Bitte Der andere Typ Hat mich auch immer das Badezimmer benutzen lassen Es reicht! Raus! Vertraue mir, ich werde nicht scheißen Jeder weiß Tut mir leid, geh weg bitte Okay, wir bleiben hart Bleiben hart Oh, das gibt direkt Knarre Oh! Der sagt, du wirst es bereuen Der Pupkiller wird dich heute Nacht kriegen Bro, als Maul geh Als Maul geh jetzt Ja, du bist so bedroht Oder ich schieße dich ab Bro, er... Ganz roll dich noch bevor es... Seine Hose geschissen, Alter Mach einen Abgang jetzt Hau ab, Mann! Ey! Geh rau... Was ist mit ihm? Geh raus jetzt! Ich dachte, der rennt ins Klo Ich dachte, der Scheiß jetzt hier... Oh shit! Ganz schnell zu machen Was steht der hier? Geh jetzt! Hallo! Woah! Ey! Ey! Wohin mit dir! Ey! Alter! Digga, was macht der? Geh raus jetzt! Hau ab, Mann! Was ist mit dir? The Queep! Verdammter Stinker, Alter! Geh jetzt raus! Der war draußen kacken, Alter! Der soll ich guck mich oben? Warte, wir können den grad nicht... Nein! Nein! Oh mein Gott! Boah! 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 Nein! Boah! 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 Der hat uns in den Laden geschissen, Alter! Wir haben wohl geschissen, Alter! Nein! Digga! Schaufel ganz schnell, Bruder! Ey! Wir kriegen das weg! Digga, wir können nicht mal eine Schrotflente jetzt hinterher... Ja? Woah! Oh! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ey, Pupkin lass da! Der hat das mit dem Pupkin abgesprochen, Alter! Im Weihnachtskostüm! Oh nein! Merry Christmas, Alex! Ich hab dir ein Geschenk gebracht! Nein! 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 Du dich bitte! Scheiße! Alex! Nein! 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 Können wir nicht erzählen, dass das jetzt das gewesen ist? Nein! Teil 8 einfach so trocken! Als ob wir jetzt tot sind! Ey, wie war doch der Mitarbeiter? Scheiße! Wir ziehen die Maske jetzt aus! Vielleicht haben wir im Ars in den Ärmel irgendwie! Weil wir haben ja ausgelernt, aus den anderen Teilen... Vielleicht sind wir noch nicht tot! Ist so, Alter! Das war's noch nicht, Leute! Niemals! So können wir nicht enden, Alter! Haben wir jetzt gerochen, wie das riecht oder was? Sind wir jetzt zu Bewusstsein gekommen, haben die Scheißwurst gerochen oder was? Warte! Oh, wir waschen uns ab! Oh! Wir sind aufgewacht! Endlich sind wir nicht gestorben! Okay! Wir haben es verkraftet, Dinger! Wir sind stärker geworden! In Teil 8! Da ist immer noch Shit! In meiner Nase! Oh mein Gott! Aber wir haben es ausgehalten, ne? Alter, krass! Wir sind nicht gestorben! Ey, komm! Mit der Schaufel wegmachen die Scheiße, Alter! Ich muss das sauber machen! Bevor er zurückkommt, okay? Wir haben überlebt! Wir sind der Erste, der die Wurst überlebt hat, Alter! Ja, Mann! Leute, das ist Weltrekord! Wir haben die Scheiße, was überlebt, Mann! Okay, wohin? Äh... In den Müll, ne? Das wird auch hinten in den Müll, ne? Radikal raus! Zu der Leiche! Zu der Leiche! Hier, Alter! In seinen Fels noch rein! Okay, die ganze Schaufel haben wir reingesteckt, Alter! Ja, die war auch voll gejistig auf! Kontaminiert! Okay, wir haben überlebt, Alter! Wir sind einfach überlebt! Heute werden den Pupkiller überlebt! Oh, da kommt jemand! Oh, der nächste kommt! Ist der so klein? Ist das ein... Hä? Ja, der kleine Mann! Ist das ein Kind? Möchte ein Hardcore? Piep! Ausleiten! Oh, er geht straight! Zu Erwachsenen! Das ist doch ein Kind, oder nicht? Das ist 10 Jahre alt, will ich Erwachsenenfilme gönnen! Oh, shit! Damals in den 90ern gab es doch keine Seiten, ne? Was ist mit ihm los? Gehen wir nach Hause zu einer Mutter, Junge? Gefälschter Personalausweis! Äh, der so, ich gucke ein bisschen, gehe jetzt wieder weg! Erste für die Familie Weihnachtsfilme gönnen! Wir gucken, was der auf dem Tisch klatscht! Oder er tauscht CDs mit 18 Filmen versus so ein... Okay, wir haben alle Aufgaben erledigt sogar! Wir gucken, was der ausläuft! Hä, wo ist der hin? Warte! Oh mein Gott! Er kann hier einfach durch! Okay, Endless Days! Sieht aus wie ein Auffel! Gruselig! Hier, Bro! Henry! Frohe Weihnachten! Meine Mutter hat mich gefragt, das auszuleihen! Okay, aber was machst du da in der Erwachsenenabteilung? Bist du im Statement! Äh... Frohe Weihnachten, kleiner Junge! Es ist gefährlich, hier nachts rumzulaufen alleine! Hm... Ich habe keine Angst! Ich wohne hier sehr nah! Okay... Äh... Vergiss nicht zu spülen! Hä? Hier riecht es nach Scheiße! Äh... Du... Du solltest es lieber spülen! Boah! Alter! Wir warnen ihn so und der sagt... Hier riecht es nach Scheiße! Ganz trocken! Okay, okay, okay! Keine Spur vom Pupkiller wird! Ja, Mann! Ich bin seit Pupkiller hinten in dem Van drin, Alter! Oh, stimmt was mit dem Van! Ich kann es halt an der Cover der Welt, Leute! Der steht da immer noch! Der steht hier immer noch einfach! Müsst du mal, ja! Mit deiner Pädoschleuder hier, Junge! Du hättest ja Angst, meine Kinder nachts rauszulassen! Hä? Hä? Wer ist da drin? Hä? Wer hockt da? Das soll sich verarschen! Da ist jemand! Safe! Okay, sonst alles ist alles gut, ne? Was mit den Ratten? Schon eine eingekassiert! Es geht mit der Musik ab auf einmal! Es ist düster jetzt! Ja, Mann! Voll düster, Leute! Gleich geht was ab! Okay, Kerlas auch! Alles gut! Was wäre los, Alter? Leute, wir haben eigentlich ein Fluch! Ist der Typ wieder aufgestanden oder was? Oh nein! Alter! Er wurde rausgeholt! Was steckt mit Würstchen denn drin, Bruder? Der Pupkill hat ihn auf jeden Fall ein bisschen hübsch gemacht, ne? Ist das der... Ach, das ist der Bettler! Ach, krass! Du hast bekommen, was du verdient hast! Boah! Okay, der Pupkill hat ihn auch gepackt! Das ist der Bettler! Oh mein Gott, ja! Der stinkende, Alter! Elender stinker! Oh mein Gott! Wer ist das denn? Ach so! Ja, Bruder! Oh, ganz chillig hier einer am Smoken! Der kommt ganz entspannt hier rein! Der raucht sich erstmal ordentlich ein! Der smoket sich mies ein! Oh, komm! Was will der? Billy! Was geht, Bro? Was geht, Bro? Lang nicht mehr gesehen! Hey, Billy! Was machst du hier, Bruder? Es ist ein Jahr her, seitdem wir uns getroffen haben! Hey, Bro! Hast du Bock zu smoken? Ich kann nicht! Ich brauche deine Hilfe! Der Pupkiller will mich töten! Dieser Verrückte schon wieder? What the hell? Ich bin ihm schon entkommen! Stimmt, den haben wir schon mal gespielt, glaube ich? In dem Teil, wo es... Da haben wir den gekillt, Alter! Der war dabei! Wie bist du entkommen? Bitte hilf mir! Ich habe zwei fette Scheißwürstchen in meinem Gesicht! Er hat zwei geworfen! Marihuana hat mich gerettet, Bruder! Weed befreit dich! Komm schon! Ich habe dir spezielles Kolumbianisches für dich! Okay? Okay, aber ich kann... Ich kann nicht lange! Wir müssen Kunden bedienen! Beruhig dich, Bruder! Es dauert noch 10 Minuten! Okay? Okay, da sagen wir nicht nein, ne? Okay, okay! Drei Stunden später, oh shit! Drei Stunden... Oh yes! Der sagt noch 10 Minuten, Bruder? Kommt rein! Wir gehen raus, Alter! Oh shit! Yohohohoho, shit! Wow, clean, man! Madaf**k, Alter! Erstmal clean eingeraucht, ne? Das ist ein kompletter Maß! kleiner Stoff. Oh, Bro, ich bin wirklich high, aber ich muss weiter arbeiten. Bruder, er schläft einfach hier. Alter. Nein. Oh mein Gott, wenn jetzt er da kommt. Egal, egal, egal. Wir klären das. Wir machen das. Wir können das, Bruder. Das hilft uns gegen den Killer. Oh, Polizei. Oh mein Gott. Nein. Ich hoffe, er merkt nichts, Mann. Ja. Ich hoffe, er riecht nichts. Okay. Er guckt sich auch Filme an. Okay. Oh mein Gott. Vielleicht will er ja noch einen Film aufschleiden. Hä, Bruder? Er hat weiße Hände? Man braucht eine Haut, Bruder. Crazy. Oh mein Gott. Okay, nichts anmerken lassen. Ist so. Easy, easy, easy. Oh, er kommt. Das geht, Bro. Boah, S-Tape. Oh, Erwachsenenfilm. Wo hat der denn denn her? Den haben wir noch eben reingetan. Wo hat der denn her? Der will sich gönnen. Reingesneaked, Bruder. 616 sucks. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Ist er im Auto kurz ein Weep? Hey, du siehst nicht so gut aus, sagt Jacob. Ich bin mir jetzt gut, Officer. Ich habe kein Weed geraucht. Ganz unerfällig. Deine Augen sind rot und dieser Geruch. Ich habe hier irgendwelche Kräuter. Das riecht nach natürlichen Kräutern. Hm. Habe ich dich erwischt, der Weed zu rochen? Ich schwöre. Wenn ich dich erwischt, werde ich dich einsperren. Boah. Okay. Aber er geht weg. Auf einmal sind wir nüchtern. Durch die Angst sind wir nüchtern geworden, Leute. Okay, ich wurde fast festgenommen. Okay, wir reißen uns dick zusammen. Okay. Easy, easy, easy. Egal, wem Verstärkung, falls der Pupgiller kommt. Er hat ihn ja schon überlebt. Ja. Vielleicht hilft er uns. Wir haben ihn beide überlebt, ne? Wir auch eben. Stimmt. Oh mein Gott. Der hat geschissen oder was? Billy? Wow. Alter. Billy. Bro, im Auge, überall. Nein. Nein, Bruder. Es geht ab. Wer verkauft mehr Suits? Unser einziger Sorge. Nein. Oh mein Gott. Unsere Weedquelle. Oh mein Gott. Mies, voll geschissen, Dicke. Nein, das können wir nicht mehr... Oh mein Gott, Bruder. Hat uns geschenkt da gelassen. Das können wir nicht mehr saugen. Ach du Heini. Was ist hier passiert, Bruder? Boah, der Scheißgratz. Was? Okay, überall Scheiße. Mein Gott. Nein, Bruder. Alles voll geschittet, ey. Ekelhaft. Nein, wir müssen hier weg eigentlich. Können das Unternehmen dicht machen, bringt da nix. Wir müssen hier raus, Bruder. Wo ist der Puppkeller? Was soll das? Ganzes Geschäft ruiniert, ey. Er ist irgendwo hier drin, Bruder. Guck mal im Keller. Ob es hier übrigens noch clean ist. Oh, hier ist noch clean. Okay, hier war er noch nicht. Hier ist echt alles noch so weit. Ich glaube, er läuft hier rum. Alter. Der ist schon aktiv. Der Glocker ist aktiv auf jeden Fall. Guck mal hinten. Ja. Oh, das kann ich öffnen. Okay. Okay, hinten ist abgeschlossen. Können wir die Knarre nehmen wenigstens? Die ist weg. Oh, die ist weg. Wer hat die genommen? Oh mein Gott. Vollgeschissen ins Klo. Keine Knarre. Nicht so clean. Oh mein Gott. Geh mal hinter das Haus. Weil wir konnten ja nicht mehr rausgehen. Was mit dem Van, Bruder? Verdammte Van, Leute. Ist da jemand in der Ecke? Scheiße. Scheiße. Oh. Wer auf. Oh. Oh. Wohin? Oh. Keller. Leute, 1 gegen 1. 1 gegen 1 wieder. 1 gegen 1 jetzt. Okay. Wir sind high, Leute. Okay, du kannst nicht entkommen, Alex. Es ist unmöglich. Okay. Okay, wir müssen uns stellen. Oh, wir haben eine Entscheidung. Okay, Leute, wir müssen eine Entscheidung treffen jetzt. Also, wir können Ash beschwören. Evil Dad entklauern. Wir können die Power von Marihuana nehmen. Oder den Bettler beschwören. Oh. Was? Leute, es gibt immer nur eine richtige Antwort. Was soll der Mail, Leute? Was denkt ihr ist die beste Wahl? 1, 2 oder 3. Also, Ash beschwören. Wer auch immer das ist. Evil Dad. Den Obdachlosen. Oder Power von Marihuana. Was sollen wir nehmen? Marihuana könnte stark sein. Die Pflanzenpower. Er ist echt, Bruder. Er ist echt Ketchum. Weißt du, er ist Ketchum. Wie sah der nochmal aus? Dieser Pokémon. Ah, der Typ. 2. Boah, viel Scheiß. Okay, viele sagen... Die meisten 2, ne? 2, 3, 3, 2... Power von Marihuana. Okay, wir nehmen von Marihuana. Pflanzenpower. Okay, okay, okay. Let's go, Leute. Oh, shit. Wir haben die Kraft. Unser Joint. Oh, holy Marihuana. Hilf mir. Joa, wir haben da kommt Joint. Stimmt. Oh, yes. Erstmal den Rauchen auf den Spahn, Alter. Der Film ist nicht schlecht. Clean, Mann. Wir rauchen mit dem Puppkiller zusammen. Freut mich. Easy, Mann. Beim Rauchen kommt man wieder zusammen, Leute. Nice. Oh, war die richtige Entscheidung. Stark, Leute. Pflanzenpower. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen, Leute. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch-Up-Up-Link in der Beschreibung. Sir. Ansonsten. Bis zum nächsten Video. Peace.